Hallo, wie ihr alle schon wisst, mein Name ist Sophia. Ich möchte euch heute über mein Projekt an der Uni Marburg berichten. Zwei Jahre Zukunftswerkstatt, Revue und Ausblick. Dabei geht es um den Versuch, digitale Hochschullehre zu ermöglichen. Und wie genau das funktioniert hat, möchte ich euch einfach erzählen. Dabei sage ich euch erst so ein bisschen, was ich gemacht habe und wie man das hochschulstrategisch verorten kann. Ihr kennt das bestimmt, ihr habt eine schöne Idee für eine digitale Lehrsituation, wisst aber nicht so genau, wie ihr das machen sollt, weil es so viele technische Möglichkeiten gibt und vielleicht auch institutionelle Hürden im Weg stehen. Und genau um dieses Problem zu lösen, hat die Uni Marburg sich entschieden, ein Projekt zu gründen. Und das ist genau mein Projekt. Und das besteht im Wesentlichen aus einem offenen Angebot zum Beispiel, wo ich Telefonsupport leiste oder auch versuche, einen Blog zu führen. Aber hauptsächlich auch Workshops. Themen dieser Workshops waren zum Beispiel Differenzierung in der Hochschullehre, Peer Feedback und Peer Grading oder auch Open Educational Resources. Manchmal gehe ich auch direkt zu den Arbeitsgruppen rein und spreche mit denen über das, was die machen wollen und zusammen gucken wir, wie man das technisch umsetzen kann. Und das Tolle daran ist, dass man die Beratung und Begleitung auch fachspezifisch machen kann und dass die Leute sich auch untereinander so ein bisschen vernetzen. Ja, dann gehe ich mit den Leuten direkt in die Lehre rein und leiste dort technischen Support. Das heißt, ich zeige den Studierenden, wie etwas funktioniert oder auch den Lehrenden oder ich helfe manchmal auch bei didaktischen Entscheidungen, wenn das gewünscht ist. Und da hatten wir zum Beispiel Themen Schreibportfolios, Learning Locations, dann hatten wir Peer Feedback und jetzt aktuell Praxisphasen. Und wenn diese Lehrprojekte stattgefunden haben, setze ich mich mit den Lehrenden wieder zusammen und wir versuchen daraus Best Practice Module zu basteln, die dann so eine Form annehmen sollen, die dann angepasst werden kann für zukünftige Bedarfe. Also Rohlinge, die weiter geformt werden können, aber die trotzdem eine Vorstruktur ermöglichen. Ja, was braucht es dazu? In der Meinung der Uni Marburg eine Schnittstelle aus Didaktik und Technik, die einen geschützten Raum bietet, in dem man Lehrexperimente durchführen kann, ohne dass daraus ein stetiges Serviceangebot entstehen muss. Ja, also ohne, dass man gleich gewährleisten muss, dass das jetzt für immer so klappt. Und deshalb haben sich zentrale Einrichtungen an unserer Uni zusammengetan, Hochschulrechenzentrum, Universitätsbibliothek, Hochschuldidaktik, Schulpädagogik und haben gesagt, sie wollen das gemeinsam angehen und haben deshalb das Projekt gegründet. Genau. Und das, was die anbieten, das versuche ich dann zu bündeln und an die Arbeitsgruppenzentren, Institute heranzutragen und mit den ganzen Lehrprojekten durchzuführen. Das heißt nicht, dass deren Arbeit irgendwie abgeschafft wird oder so, sondern einfach nur, dass ich versuche, das alles zusammenzupacken. Und das wird dann zurückgespiegelt wiederum an die Institutionen selbst und gemeinsam evaluiert. Und auf der Basis dessen machen wir dann Empfehlungen für das Präsidium fertig dazu, welche Projekte vielleicht weiterentwickelt werden sollten und wo es sich vielleicht nicht lohnt, weiter daran zu arbeiten. Das heißt, ich habe hier direkt eine Gelegenheit, an der Digitalisierungsstrategie mitzuarbeiten. Ja, und in diesen letzten zwei Jahren sind dann entstanden sieben fertige thematische Workshops. Wir hatten acht verschiedene Lehrprojekte. Das Projekt ist mittlerweile ziemlich gut vernetzt und während ich am Anfang noch zu den Lernenden hingehen musste und sagen musste, hier willst du nicht mal, kommen die jetzt auch immer mehr von allein zu mir. Und darüber hinaus können wir noch festhalten, dass wir jetzt einen ausgearbeiteten und erprobten Workflow haben, dass das Projekt in der Uni ein bisschen bekannt ist und dass die Lernenden sich jetzt auch schon von alleine vernetzen. Und eben, dass die Arbeit direkt mit der Universitätsleitung und den zentralen Einrichtungen zusammen erfolgt und so vielleicht auch eine Chance hat, zu bestehen. Wie geht es weiter? Mein Vertrag ist noch nicht verlängert. Aber wir haben jetzt immerhin schon mal neue Räume in der niegelnagelneuen Universitätsbibliothek, wo ein Tonstudio reinkommt und ein Filmaufnahmestudio. Ich kriege einen neuen Kollegen, der auch weiß, wie die ganze Technik zu bedienen ist und den Leuten auch dabei helfen kann. Und ich denke, insgesamt trug zum Gelingen durchaus bei, dass diese Vernetzung von Technik und Didaktik sich nicht nur in den Institutionen wieder gespiegelt hat, die daran teilgenommen haben, sondern auch in den personellen Entscheidungen und damit der individuelle Betreuungs- und Betreuungsbedarf eben aus einer Hand kommt. Ja, ich bedanke mich für euer Interesse an meinem Projekt. Bin natürlich für alle Fragen offen, aber vielmehr noch möchte ich hören, was ihr von dieser Idee haltet. Vielen Dank.